Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zombies 8 My Neighbors. So, wir haben das Level geschafft. Wir nutzen auch mal einen der Arztkästen. Gehen wir auf unseren Standard hier. Und dann rein da. Ab ins nächste Level. Level 27. Dances with Werewolves. Yay! Äh, ja, genau. So, äh, weg mit dir. Oh, wie komme ich denn hier raus? Ist hier ein Geheimgang? Boah, das war gehabt. Knappi, Knappi. Boah, Mist, Werewolfe. Kann ich irgendwie abkürzen? Nö, kann ich nicht. Boah, sind wir auf den Fersen. Nix wie weg. So, wie komme ich jetzt da hoch? Boah, vier Stück. Sonst geht's noch. Nix wie raus hier. Bis zum nächsten Mal, euer Chojin.